Ich beschäftige mich mit Krypto-Themen und ich habe ein kleines Video zum Thema AI-Coins und warum ich glaube, dass sie quasi wie NFTs und DeFi und Metaverse quasi den neuen Hype im kommenden Bullrun einleiten könnten. Damit habe ich mich beschäftigt, bin auf ein paar Projekte eingegangen, TheGraph und Singularity.net. Ich habe mir kurz die Webseiten angeguckt und was die Projekte so versprechen. Und ich dachte mir, ich analysiere mal auf der Meta-Ebene, ohne jetzt konkret zu werden, welche Tokens jetzt Potenzial hätten, von einem Hype zu profitieren oder nicht. Einfach mal generell, warum brauchen wir AI-Tokens? Warum sind sie gegebenenfalls wichtig? Und das Ganze ist hier so eine kleine Brainstorm-Analyse. Ich habe einfach mal Anwendungsfelder und einfach die wichtigsten Begriffe, die mir jetzt zu dem Thema AI und Kryptowährungen, Blockchain einfallen. Diese Synthese, was mir dazu einfällt. Und ja, das will ich jetzt ganz kurz einmal mit dir teilen. Also wie schon gesagt, es geht auch um die Meta-Ebene. AI, wofür steht es? Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. So, und was ist jetzt der Unterschied zur klassischen IT, Informatik? Ja, also AI kann im Prinzip alles, was wir, was Menschen und Tiere auch können. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel sehr einfach mühelos Dinge erkennen. Wir können, wenn wir nicht so viel getrunken haben, einigermaßen geradeaus laufen und nach Hause finden. Wir können, ja, Stimmen erkennen, wir können Gesichter erkennen, wir können komplexe Greifbewegungen lernen, ja, zum Beispiel mit einem Schlüssel ein Schloss aufzumachen, selbst wenn wir den Schlüssel und das Schloss und die Tür noch nie zuvor in unserem Leben in der Hand gehabt haben. Also wir können adaptiv mit unserer Umwelt reagieren, uns an unsere Umwelt so anpassen oder wir können uns auch eine Schleife am Schuh zuschnüren. Ja, und das ist jetzt für die Robotik sehr, sehr schwierig. Jedenfalls mit prozeduralen Algorithmen, das einfach zu programmieren, das ist schwierig. Und die AI, die benutzt jetzt eben Methoden aus der Biologie, guckt sich also an, was passiert da. Aha, Neuronen tauschen Informationen miteinander aus, die Wechselwirken miteinander, sind irgendwie mit Synapsen verbunden. Da werden dann Gewichte verstärkt und abgeschwächt in Abhängigkeit von Belohnung und Bestrafung. Ja, also ganz grob kann man sagen, die AI kann unglaublich komplexe Daten auf das Wesentliche reduzieren. Ja, auch das, was wir sehen, ja, da wird, was wir sensorisch wahrnehmen, da wird unglaublich viel gefiltert. Und nur das, was wesentlich ist für uns, was einen Wert hat, einen Informationswert, ja, das gelangt quasi in unser Bewusstsein. Und solche Dinge wie Details, wie, wie ist jetzt die Baumrinde beschaffen, wenn wir durch den Park joggen. Das ist eine irrelevante Information, die bringt uns nicht weiter und die wird dann von unserem Gehirn herausgefiltert, gelangt gar nicht in unser Bewusstsein. Ja, das ist schon eine unglaubliche Form von Data Mining, also wesentliche Informationen aus einer Vielzahl von Daten, die quasi für uns wertlos sind, herauszufiltern. Und unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die dann für uns interessant sind, ja, natürlich auch biologisch, emotional geladen. Ja gut, und ganz grob kann man sagen, Biologie unterscheidet in sensorischer, also sehen, hören, schmecken, Informationsverarbeitung und motorischer. Und genau diese beiden Aspekte, das leistet die AI nicht mehr und nicht weniger. Dann gibt es noch den Bereich der Agentensysteme, das ist auch ein Unterbereich der Informatik und der Künstlichen Intelligenz. Da gibt es eine Definition, die mal ein Forscher gefasst hat, um sogenannte intelligente Systeme zu definieren. Ja, aber ähnlich in der Mathematik, wo auch Kreise, Flächen, Körper, die gar nichts mit der physischen Welt zu tun haben, das sind einfach mathematische Begriffe, einfach so definiert werden. Genauso sind intelligente Systeme, ist intelligent eigentlich nur so ein Begriff wie soll und haben in der Buchhaltung, ja, also steht einfach nur für die linke und die rechte Seite. Intelligente Systeme ist so definiert, es ist proaktiv, es ist reaktiv und es hat Social Abilities. Das heißt, also ein intelligenter Agent ist, oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine DEX habe, wo ich jetzt EOS in PBTC umtausche oder in USDT, dann rufe ich die Smart Contract Funktion auf, indem ich da EOS hinschicke, sage ich möchte PBTC und der Smart Contract schickt mir reaktiv dann die PBTC Tokens zurück, führt also ein Tokenswap durch. Das ist nur reaktiv. Wenn ich aber jetzt ein Agentensystem habe, der jetzt für mich tradet, der jetzt einfach Preise analysiert und sagt, ah, da ist jetzt eine Arbitragemöglichkeit von Börse A nach B, da kaufe ich jetzt schnell in Millisekunden Coin A und verkaufe den mit Gewinn auf Börse Coin B. Dann ist das ein proaktives System und weil es über mehrere Agenten geht, sich also der Bot dann eben mit anderen Bots und Programmen unterhält. Da haben wir also auch Social Abilities, also Kommunikation mit Menschen oder mit anderen Bots und damit wäre dann ein Trading Bot per Definition in der Informatik der Agentensysteme intelligent. Ja, prinzipiell ist jeder Thermostat auch intelligent nach der Definition, aber nur, dass man einfach weiß, diese Begriffe sollte man jetzt auch nicht zu überbewerten. Aber das ist jetzt damit gemeint, wenn man von intelligenten Systemen spricht. Ja, was auch viele vernachlässigen, ist einfach die Bedeutung vom Aushandeln von Schnittstellen. Denn Agentensysteme sind eigentlich so, also das Konzept ist jahrzehntealt, aber findet ganz, ganz wenig Anklang. Ganz oft ist es immer noch so, dass Informatiker 99% der Fälle dafür bezahlt werden, Schnittstellen anzupassen. Also der Kunde hat Daten, zum Beispiel eine Excel-Tabelle oder eine Preisliste und die muss in das jeweilige, ja, CMR-System der Firma dann eingebaut werden oder ERP-System und da gibt es dann keine automatisierte Importfunktion. Das muss irgendwie jemand machen, ja, oder ich habe verschiedene Netzwerke, aber, oder, oder ich habe Druckdaten, ja, die müssen an ein bestimmtes Druckformat gepasst werden mit bestimmten Anforderungen, die standardmäßig der Druckertreiber nicht unterstützt, ja, oder es müssen sehr schnell Mailings erstellt werden. Also sowas, klassische IT-Daten im Format A an das Format B über Programmcode, was im Prinzip die wichtigen Daten rauspackt und, oder was weiß ich, eine JSON-Datei in XML überführen, ja. Also das ist auch ein wichtiges Thema, das Aushandeln von Schnittstellen, wo zurzeit sehr viel Reibungsverluste sind und die meisten Kosten in der IT einfach entstehen, dass Menschen dafür bezahlt werden müssen, inkompatible Systeme kompatibel zu machen. Und dieses Thema, Schnittstellen von Aushandeln, automatisiert, da sind Agentensysteme super und weil wir auf der Blockchain sowieso Smart Contracts haben, die mit anderen Smart Contracts agieren, haben wir da im Prinzip ein Agentensystem. Das heißt, wir stehen kurz vor der nächsten Evolutionsstufe, dass die Agenten sich eben auch Blockchain-übergreifend miteinander aushandeln. Also, intelligente Agentensysteme, das kann die AI und könnte 99% der IT, ganz einfach gesagt, Schnittstellenanpassungsprobleme lösen. Ja, das hat jetzt, da denkt man jetzt nicht dran, wenn man an AI denkt, aber allein das ist schon ein unglaublich spannendes, wichtiges Anwendungsfeld. Hauptproblem der IT sind unpassende Schnittstellen und ich habe eine riesige Datenflut, wo ich zum Beispiel das Problem habe, der Kunde findet den Lieferanten nicht und umgekehrt. Auch hier kommt AI ins Spiel. Ich kann, was ist sicher, ein Kunde in Taiwan weiß jetzt nicht, dass ich jetzt Smart Contracts programmiere gegen Geld. Da könnte ich jetzt über einen dezentralen Marktplatz zum Beispiel etwas finden. Oder ich könnte Künstliche Intelligenz verwenden, um eben Smart Contract Code automatisiert zu generieren. Vielleicht kommt gerade bei Contracts, wo es um Geld geht, ist das vielleicht auch ein Thema, das automatische Auditieren, Finden von Sicherheitslücken. Da ist natürlich AI super effektiv und kann eben Probleme lösen, die jetzt noch eben von Hand gelöst werden können. Also bei AI können wir ganz grob davon sagen, vorher hatte ich Pferdekutsche, jetzt habe ich einen Tesla. Ja, und was wird sich dann wohl in der Zukunft durchsetzen? Wahrscheinlich dann die bessere Technologie. Welche Techniken verwendet AI? Künstliche neuronalen Netze, Machine Learning. Da haben wir zum Teil einfach statistische Verfahren, Gradientenabstiegsverfahren oder aus komplexen Daten nicht die besten Lösungen gefunden werden, sondern halt optimale Lösungen, eben durch das Finden von lokalen Minima. Und bei neuronalen Netzen, ja, es gibt auch durchaus Algorithmen, wie zum Beispiel selbstorganisierende Karten, ja, Self-Organizing Feature Maps, die sehr, sehr stark an biologischen Konzepten angelegt sind. Die sind ja auch nicht überwacht, dass ich ja quasi sage, die Output-Daten sind falsch oder richtig und die Ergebnisse werden quasi backpropagiert durch das Netz, die Gewichte werden zurückangepasst durch mehrere Layer, sondern ich habe im Prinzip, da organisieren sich die Gewichte zwischen den Neuronen selbst und das ist alles sehr, sehr, sehr nah an der Biologie dran. Zwar immer noch algorithmisch und leicht auf Computer übertragbar, aber da macht man auch enorme Fortschritte und kann auch erstaunliche Resultate mit wenig Code erzielen, was man durch normale klassische Programmierung, ja, quasi überhaupt nicht hinkriegt oder nur sehr, sehr, sehr unbefriedigende Ergebnisse. Big Data ist ein Thema, klar, Data Mining, überhaupt Datenbanken anzugreifen, die hohe, wo irgendwo wichtige Daten sind, aber die halt durchsucht werden müssen, wenn ich Millionen von Usern habe. Da ist übrigens zum Beispiel auch EOS super, allein schon durch das Indexverfahren der Multi-Index-Tables, aber gut, das nur am Rande. Das sind oft dann statistische Verfahren, genetische Algorithmen, evolutionäre Algorithmen, also selbst optimierender Code, könnte man sagen, unfunktionale Algorithmen, aber das geht dann schon wieder ein bisschen in die klassische Informatik, wenn es darum geht, automatisiert Code zu generieren und eben das Programm sich selbst optimieren zu lassen. Dann spricht man eigentlich von künstlicher Intelligenz, also das sind im Prinzip die Techniken, die eingesetzt werden. Ja, dann haben wir wie in der Biologie auch die sensorischen Aufgabengebiete und die motorischen. Sensorischen versuche ich zum Beispiel aus komplexen Daten Muster zu erkennen, zum Beispiel Gesichtserkennung, Biometrie, Tumorzellen ist auch ein wichtiges Thema. Das können mittlerweile Bots und KI-Systeme besser als Menschen. Dann aber auch die Klassifikation von Benutzer- und Kundenprofile, Advertising, der ganze Werbebereich. Wie findet der Dienstleister seinen Kunden? Jetzt wird quasi um die Aufmerksamkeit der Kunden gebohlt und es wird halt versucht, eben personalisiert, die Leute zu finden, die in ein bestimmtes potenzielles Kundenprofil passen. Es ist klar, die Benutzer haben das Geld und denen muss man halt ihre Bedürfnisse befriedigen und buhlt dann deshalb um die Aufmerksamkeit und versucht sich halt Marktvorteile zu holen, indem man so viele, durch Werbung, so viele Benutzer wie möglich auf sich aufmerksam macht. Da kann natürlich eine KI wunderbar herausfinden, also das ist jetzt ein potenzieller Kunde für mich, der ist, keine Ahnung, weiblich, interessiert sich gerade für Yoga-Kurse, ja, so und dem muss ich jetzt ein, kann ich jetzt ein paar Angebote rausfiltern und anbieten. Dann ist da auch, sind da weniger Streuverluste in der Werbung. Dann habe ich Zeitreihenvorhersage, physikalische Prozesse, Trendvorhersage, in der Astronomie, ja, wie entwickeln sich Galaxien, Sternenhaufen, wirtschaftliche Entwicklung, Kursprognose, ja, das ist gleich nochmal ein interessantes Thema. Dann Prozessoptimierung, wie schon gesagt, wenn ich lokale Minima finde, kann ich halt dann ziemlich schnell Kosten einsparen. Und es gibt ja Probleme, Travelling-Salesman-Problemen, Entschuldigung, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber das gehört einfach so ein bisschen dazu. Wie kann ich halt in einem komplexen System eben optimierte Pfade finden? Das kann jetzt, keine Ahnung, finde den kürzesten Weg, ja, zwischen einer Zahl, gegebenen Zahl von Städten auf einer Landkarte. Das ist ein NP-vollständiges Problem, können KI-Algorithmen wunderbar lösen, nicht den besten, aber einen semi-optimalen Algorithmus finden. Und das ist natürlich auch spannend, wenn ich andere Pfade habe, zum Beispiel Swap-Verfahren und ich Token ineinander tauschen will oder Lightning-Netzwerk, ja, einfach die Knoten finde, wo ich dann Transaktionen durchleite. Das sind auch KI-Algorithmen, die jetzt schon zum Tragen kommen. Ja, also Prozess-Optimierung, dann das ganze Thema Übersetzung, Datenkonvertierung, dass ich im Prinzip meine Daten, meine Informationen dann auch in andere Sprachen übersetze. Ja, die babylonische Sprachenverwirrung ist, bringt uns immer noch, stellt uns immer noch zu Problemen. Menschlich geschriebener Text ist immer noch hochwertiger als jetzt eine automatische Übersetzung, wobei die natürlich immer noch besser werden. Ja, aber KI weiß mitunter nicht, welche Worte wirklich in einer jeweiligen Sprache dann der jeweiligen Syntax und Grammatik der Zielsprache entsprechen, weil da eben auch kulturelle und der ganze Kontext da eine Rolle spielt. Aber diese Systeme werden immer besser zur Kommunikation verschiedener Sprachen. Dann das Thema Data-Mining, also ich kann hochdimensionale Daten reduzieren, um eben, wie das auch biologische Systeme machen, wertvolle Informationen identifizieren. Stichwort Baumrinde interessiert mich nicht, aber wenn auf einem Baum ein Zettel hängt, keine Ahnung, suche jemand, der mir Bitcoins verkauft gegen Bar, also sowas zum Beispiel, ist dann vielleicht eine wertvolle Information für mich. Und die gelangt dann tatsächlich in mein Bewusstsein weckt definitiv dann meine Neugierde. Ja, Daten, Marktdaten. Also jetzt zum Beispiel haben ja ganzen DeFi-Projekte, sind ja oft fertig programmierte Smart Contracts, statische, fest verdrahtete Strukturen, die aber die Marktdaten, also welche Preise entwickeln sich, wie sind die Zinsdaten, darauf gar keinen Zugriff haben, weil es diese Oracle-Informationen nicht gibt. Das muss im Prinzip Off-Chain gelöst werden. Ja, und da könnte im Prinzip, können eben tokenbasierte AI-Token diesen Marktdaten, Blockchain-basierten Agenten zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, was ich jetzt hier gerade mache, mich interessiert eben die Frage, welche AI-Projekte profitieren von dem Hype, wenn das erstmal ins Bewusstsein kommt, dass dieses Thema AI, das neue spannende Thema der Krypto-Industrie sein wird, nach NFT, DeFi und Metaverse. Ja, analysiere alle Webseiten, klassifiziere die Daten, analysiere die Gründer, analysiere das GitHub-Repository, was ist auf den Social-Media-Seiten los und guck dir an, wie sind diese Projekte miteinander vernetzt, wer sind die Geldgeber, wer profitiert davon, wird da noch mehr Geld reingefließen, ist es ein kleineres Projekt, sind die Gründer schon mal durch Scams aufgefallen in der Vergangenheit. So was kann mir die AI wunderbar identifizieren, theoretisch. Gut, aber wo setze ich da jetzt an? Jetzt müsste ich wirklich erstmal schauen, okay, wie paase ich die Webseiten, wie übermittle ich die Daten an die AI. Also die Möglichkeiten ist da, aber die Schnittstellen sind noch nicht geschaffen und das kann im Prinzip AI hier für mich in Zukunft lösen. Also wenn jetzt ein Bot zum Beispiel Marktforschung betreibt, nur im Cryptospace, Token-Analyse, welche Tokens tauchen auf den dezentralen Marktplätzen aus, analysiert Off-Chain-Daten, bezahlt im Prinzip andere Bots, die diese Informationen mir quasi als JSON-Datei zur Verfügung stellen. ich analysiere die in einem Smart Contract, einem dezentralen Programm und handle dann diese Token automatisiert, dann habe ich eine ganz neue Ebene der Trading Bots entwickelt. Ja, dann kommen wir dann auch noch mal zum letzten Punkt später hier. Anwendungsfelder zähle ich gleich noch auf. AI-basiertes Shield Farming. Also, dass ich einen Bot habe, der für dich jetzt autonom arbeitet und mich quasi nur weckt bei zentralen Entscheidungen. Ich halt sagen muss, da muss ich noch Geld nachschießen oder da wurden jetzt Gewinne gemacht, dass ich im Prinzip AI für mich arbeiten lasse, um Geld zu verdienen. Das ist die spannendste Anwendung. Zurzeit gibt es da noch kein Projekt, aber wenn es das gibt, dann werde ich mir das angucken. Dann der Bereich motorisch, genau. Also motorische Anwendungsfelder, künstliche Intelligenz, jetzt unabhängig von Blockchain, Robotik, Laufen, Greifen, Parfinding, also Muskeln in einer komplexen Umgebung steuern. Da spielt auch das Thema Körperintelligenz eine Rolle. Das muss nicht alles neuronal gesteuert sein. Also, auch Insekten zum Beispiel mit wenig Neuronen können ja über komplexe Landschaften und Bäume hochklettern und ja, sehr Spinnennetze formen. Und das ist ja, also was die Biologie da eben macht, durch biologische AI, ja, biologische Intelligenz, neuronale Informationsverarbeitung ist grandios. Greifen, Parfinding, das ist Wege finden, das sind Anwendungsgebiete. Motorisch ist auch das Generieren von Bildern oder Videos, ja, oder aus einem Foto eine komplexe 3D-Szene zu rendern, in der ich mich dann frei bewegen kann. Ja, Dali, OpenAI, dann das Thema natürliche Chat-GPT, Text- und Code-Generierung für automatisierten Support, Content-Generierung, ja, und natürlich dezentrale Suchmaschinen. Auch da ist AI eventuell mächtiger als unser liebes Google, wobei Google natürlich auch AI einsetzt, bloß im Hintergrund immer behalten. Google schafft es, das gesamte Internet halt zu klassifizieren und liefert uns einfach sehr schnell Informationen und das geht halt nur durch optimierte Algorithmen, die auch nicht öffentlich sind. Die AI hat da eventuell die Möglichkeit, mehr Meta-Informationen rauszufiltern. Jetzt kommen wir zur Blockchain. Ja, ich hoffe, dieser Vortrag ist jetzt nicht zu langweilig, aber wie schon gesagt, das ist ein komplexes Thema und ich mache das auch, um selber meine Gedanken zu sortieren und mich diesem Thema anzunähern. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer ist es ja, AI ist definitiv ein noch komplett unterschätztes Gebiet, gerade im Krypto-Bereich. Also Austauschen, Blockchain ist ideal für das Austauschen von Werten, wobei ich, ja, wenig Speicherplatz habe, also Bitcoin ist wie digitales Gold, ich kann dezentral eben zensurresistent Coins übertragen, Werte übertragen. Dann kam die nächste Evolution, die Smart Contracts mit Ethereum, die da natürlich auch den First Mover-Effekt gehabt haben, ja, wo erstmal das ganze Kapital reingeflossen ist. Und so sehe ich es übrigens jetzt auch in DeFi, dass hier die Projekte, die jetzt schon da sind und sich das, dass die einen Vorteil haben gegenüber den Projekten, die dann später aufspringen und vielleicht auch bessere Lösungen und Schnittstellen haben. Aber letztendlich, was wird ein Entwickler oder ein Dash, ein Anbieter von AI-Services machen? Er wird sich natürlich auf den Plattformen zuerst anmelden und seine Dienstleistung bereitstellen, wo auch am meisten Liquidität da ist in Form von Token oder Coins. Ja, dann gab es ja das Thema NFTs und Metaverse, DeFi, dezentrale Marktplätze, da ist jetzt die nächste Ausbaustufe eben dezentrale Marktplätze nicht nur für Tokens und Coins, sondern für Daten oder eben Schnittstellen, APIs. Dann habe ich zensurresistente Marktplätze, einen Datenmarktplatz, der nicht zensiert wird und ich habe bereits jetzt schon auf der Blockchain, das habe ich schon erwähnt, durch die Smart Contracts, die über JSON und über API Calls miteinander auch kommunizieren, habe ich bereits Schnittstellen und Multiagentensysteme. Also ich habe nicht nur, meine Kunden sind nicht unbedingt User, Menschen, deren Aufmerksamkeit ich brauche, sondern meine potenziellen Kunden sind Bots. Du wirst vielleicht in wenigen Jahren nicht von Kunden leben, die dir ein Gehalt bezahlen oder denen du ein Produkt verkaufst oder eine Rechnung schreibst, sondern du wirst vielleicht ausschließlich von Bots leben, die deine Dienstleistung abkaufen, weil du einfach eine bestimmte Alleinstellungsmerkmale hast und ihnen vielleicht die Informationen, die sie brauchen, für die sie bezahlen, über die richtige Schnittstelle bereitstellst. Hier entsteht ein neuer Markt, also Trading nicht mehr mit physikalischen Menschen, die erstmal kapieren müssen, was du kannst und dein Produkt gut finden müssen, sondern Bots, denen du Daten präsentierst, die abfragen, haben andere Bots in der Vergangenheit dich gut bewertet und die dann aufgrund deiner Reputation, die im Botnetz dann, die du dir aufbauen kannst, dann schon da ist. Da sehe ich die Verbindung zu der Blockchain-Technologie. So, dann die Probleme, die wir jetzt haben. Also KI ist speicher- und rechenintensiv. Ich brauche gerade um, also jetzt, warum sind jetzt alte Algorithmen jetzt erst aktiv und werden jetzt angewendet in Chat-GPT und können so tolle Dinge tun, ja, weil ich jetzt eben über die Speicher, über die Cloud-Speicherlösung habe, über die Rechenkapazität, die ich dynamisch in der Cloud dazu buchen kann und ja, Data-Mining-Prinzipien, künstliche neuronalen Netze, das ist alles sehr speicherintensiv. Es gibt noch nicht mal standardisierte Hardware für Neurochips, für Mustererkennung. Also es gibt Hardware, aber das ist ein Nischenbereich. Also Privatleute haben sowas kaum oder gar nicht, ja, höchstens vielleicht für Biometrie, Fingerabdrucksensoren, wenn wir dann gucken, um deinen Computer oder dein iPhone zu entsperren. Da mögen hier und da tatsächlich Neurochips schon angewendet werden. Ja, generell versucht Bitcoin ja zum Beispiel durch die Dezentralität aufrechtzuerhalten, indem es seinen Speicherplatz möglichst gering hält und klein und kompakt und das ist erstmal etwas, was Blockchain nicht so gut kann, aber es gibt immer mehr Dezentrale, also EOS skaliert in Transaktionsgeschwindigkeit. Die Blockchain wächst unwahrscheinlich schnell dadurch an, weil auch die Daten, Transaktionsdaten und die ganzen Memos mit in die History gepackt werden müssen. aber auch das sind, weil die Apps Smart-Speicher brauchen, aber auch das skaliert eben weiter, weil man eben sieht, mit den zukünftigen Nutzern und Anwendungen muss eben die Rechenpower und auch der Speicherplatz in einer Blockchain wachsen. Das wird Ethereum auch machen, weil ich jetzt noch nicht weiß, wie wenn Ethereum, wie Ethereum dann die Daten, also wie viele, wie groß die Blockchain dann wächst, wenn Ethereum schneller wird. Also da ist dann EOS oder diese ganzen anderen, diese Ethereum Virtual Machine Projekte, die noch schneller skalieren, teilweise schon weiter. Gut, aber das ist ein generelles Problem der Blockchain, geringer Speicherplatz auf der Blockchain. Anwendungsfelder und Märkte, Preisfindung, genau, da ist eben die Frage, wer profitiert vom First Mover Effekt, also, sprich, Ethereum hat als erstes Smart Contracts, Turing-Vorstellung Smart Contracts bereitgestellt und da ist dann sehr viel Geld reingeflossen. Erst halt war Ethereum sehr günstig zu haben, dann ist Geld reingeflossen und auf einmal hatte der Token, ist der Token jetzt schon kurz davor, Bitcoin zu flippen. Da fehlt nicht mehr viel. Genauso wird es in der AI sein. Irgendwelche Projekte werden sich da sehr schnell etablieren und Vorteile bieten. Ja, die Frage ist aber, mit welchem Hauptanwendungsfeld wird das passieren? Und jetzt kommen wir zu den möglichen AI-Anwendungsfeldern, wobei, wenn ich in die, auf CoinMarketCap, auf die Analysen gehe, dann finde ich AI und Big Data noch zusammengemischt. Ich denke, das wird sich noch mal auseinanderdividieren, diese Kategorie. Aber hier ganz schnell noch mal die jetzigen Anwendungsfelder, die ich jetzt einfach mal für die Blockchain und AI herausgefiltert habe. Also einmal dezentrale Marktplätze für Daten, ja, das macht den Graf zum Beispiel. Ja, eine Bewertung der Indexer durch gestakte Token, das ist ein Anwendungsfeld. Ich habe quasi Oracle-Daten, Preisdaten, das passiert jetzt schon, und die möchte ich in die Blockchain überführen. Darauf sollen andere Smart Contracts zugreifen können und die werden dezentral dann gehandelt. Ja, dann dezentrale Suchmaschinen. Ja, auch interessant für AI, wie schon gesagt, auch wenn diese Informationsverarbeitung auf Chain passiert, kann ich diese dann eben über Oracle-Funktionen Smart Contracts bekannt machen und dann können Bots darauf auf Basis dieser Daten dann Entscheidungen treffen. Also bei AI geht es eben auch darum, so ein bisschen wegzukommen von dem Gedanken, dass ich unbedingt mit Menschen, mit Tradern handeln muss, sondern der Fokus so ein bisschen sich in die Richtung Handeln mit anderen Bots verschiebt. So, dann dezentraler Marktplatz für AI-Services, also wenn die Industrie, was weiß ich, einen Musterklassifikator braucht oder bestimmte Optimierungsaufgaben machen möchte oder Content braucht, ja, oder Bots eben eine Marktanalyse brauchen, dann kann ein dezentraler Marktplatz entstehen und auch mit einem Bewertungssystem, der nicht zentralisiert über Schnittstellen läuft, sondern über standardisierte Dezentrale, allgemeine Schnittstellen und sich dann diese Marktplätze dann auch untereinander vernetzen. Dann Datamining für DeFi, also für dezentrale Exchanges, Preisfindung und so weiter, wo ich dann eben auch gucke, okay, wie ist denn überhaupt gerade das wirtschaftliche Umfeld, erhöht die FED gerade die Zinsen, gibt es gerade, ist gerade ein neues Tesla-Werk in Europa eingeweiht worden, ist irgendwo eine Ship-Fabrik in Steiwern abgebrannt, ja, also haben wir gerade irgendwie Lieferengpässe irgendwo, also das, damit kann natürlich auch automatisiert gehandelt werden, auch auf dezentralen Exchanges, ja, Projektanalyse, Coin-Analyse, also was ich hier jetzt gerade mache oder ich werde demnächst Videos machen, über ganz gezielt werde ich mir AI-Projekte raussuchen und diese nochmal zerpflücken, auch um mir die selber nochmal klar zu machen und da sehe ich eben ein hohes Potenzial in der Projektbewertung, ja, Oracle-Preisfindung, Trading-Boards, Arbitrage-Bots, Trends frühzeitig erkennen, also auch hochdimensionalen, komplexen Daten rauszufinden, hey, jetzt entsteht hier ein neuer Trend, also vielleicht sagt mir die AI, hey, wir haben jetzt hier automatisiert mal die Top 200 Krypto-Projekte analysiert und der neue Hype ist nicht, ja, AI-Tokens, sondern es werden zum Beispiel dezentrale Grid-Netzwerke sein, die Leute als Vogelhäuschen im Garten aufstellen und mit ihrem Nachbarn dann zensurresistent Informationen austauschen, sowas zum Beispiel als Trend, den ich jetzt noch nicht erkannt habe, aber die AI sagt, darauf läuft es eigentlich hinaus, Ja, das ganze Thema unzensierbare Daten, ja, soziale Medien, Medien generell, über Politik, über Wirtschaft, ja, wir, uns wird ja in den Nachrichten nur das präsentiert, was, wo, Nachrichtenagenturen zentralisiert, ja, Reuters oder Deutsche Nachrichtenagentur, das geht alles über zentralisierte Kanäle und eine KI kann uns eben über dezentrale analysieren, sagen, hey, das ist jetzt zwar interessant, aber da in Südamerika gibt es jetzt eine Firma, die sind super effizient, eben aus Solarenergie Wasserstoff herzustellen und haben, was weiß ich, Dörfer auf einmal in der Andenregion mit Energie versorgt, also, ich fantasiere jetzt einfach mal, sowas, solche Nachrichten können dann unzensiert eben über AI-basierte Plattformen, dezentral, dezentrale Nachrichtenportale weitergegeben werden, indem ich meinem Bot sage, ich möchte gerne die neuesten Wirtschaftsdaten haben und dafür bezahle ich dann, keine Ahnung, zwei Cent im Monat, einfach nur für eine Schlagzeile, die mir die KI rausfindet, ja, dann kommen wir gleich auch mal zum Micropayment, das ist auch etwas, was mit der klassischen Wirtschaft gar nicht möglich ist. Ja, DeFi finden von optimalen Umtauschfahrt, denn, das, damit meine ich zum Beispiel, ja, ich will USDC in EOS swappen und die DeFi-Anwendung liefert mir dann über einen KI-Algorithmus, ein Hinweis, ja, wenn du auf EOS bleibst, dann zahlst du 0,2% für den Swap, aber, wenn du eine größere Summe hast, über 1000 Euro USDT, lohnt sich zum Beispiel ein Swap auf Polygon und dann kannst du, zahlst du nur 0,18% für den Swap. So was zum Beispiel kann die AI optimieren, kann auch Preise aushandeln oder auch AI-basierte Versteigerungen, dass ich eben eine Dienstleistung anbiete, im allgemeinen Marktplatz für Dienstleistungen und die AI sucht mir im Prinzip dann potenzielle Kunden raus, ja, etwas, was mühsam von Hand programmiert wird, aber das könnte die AI wesentlich beschleunigen. Dann brauche ich natürlich die Reputationssysteme, Bewertungssysteme, also für andere Agenten und User, dass ich also weiß, okay, mit diesem Bot, der hat schon mal gescammt, der hat, oder dieser User hat falsche Informationen ins Netzwerk geladen, versucht damit, Preise zu manipulieren, ich ignoriere seine Daten, die Reputation ist gering und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit diesem User jetzt digital handele, dass, die ist eher gering, ja, dann kann ich aufstellen, wie mutig bin ich, ja, im Vergleich mit dem Handeln von Agenten und User mit geringer Reputation, weil mir diese Agenten vielleicht dann auch den geringsten, den meisten Nutzen eventuell bringen, weil sie eben ihre Dienstleistungen noch nicht an andere Marktteilnehmer verkaufen können, zu hohen Preisen, sind also noch vielleicht vergleichsweise günstig, da kann ich dann selber eben mein Risiko einstellen und dann sagen, okay, die Reputation muss mindestens 90% haben, weil ich eher konservativ bin, ich möchte die Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren, minimieren oder ich bin total mutig und gehe jetzt, werde mit jedem Agenten hier handeln oder User, auch wenn die Reputation nicht so gut ist, einfach in Erwartungshaltung, dass dieser Kunde für mich oder dieser potenzielle Agent dann den meisten Gewinn verspricht, ja, wenn ich mit ihm handele, von ihm Daten abkaufe oder Dienstleistungen kaufe oder verkaufe, ja, dann autonome Agenten, wie schon gesagt, das sind Smart Contracts, proaktive Smart Contracts, die also dann regelmäßig irgendwelche Aufgaben erfüllen, Pay for Oracle Calls und hier kommen wir zum Thema Micro, Micro Payments, ich kann tatsächlich und Reliable Services, also zuverlässige Services, dass ich also sagen kann, ich möchte jetzt Preise haben, die von, was weiß ich, der Bitcoin Kurs auf den wichtigsten Exchanges und da habe ich das Problem, dass ich dann zum Beispiel, was weiß ich, eine Yahoo Schnittstelle einbinde, ich möchte diesen Feed, Datenfeed verwenden, dann sagt Yahoo irgendwann, ich bekomme, wir verdienen damit nichts, diesen Service bereitzustellen, ich kann aber sagen, dieser Service ist mir wichtig, ich frage den nur einmal im Monat ab oder einmal am Tag ab, dafür bin ich auch bereit, dann, was weiß ich, zwei Satoshis oder Milli-Satoshis zu zahlen, also Bruchteile, von Bruchteilen eines Cents, ja, so ähnlich wie im Lightning Netzwerk, ja, wo ich dann irgendwie mit Millionstel Cent dann für eine Transaktion bezahle, diese Services werden dann, wenn irgendein Dienstleister seine Oracle Funktion einstellt in seine Schnittstelle, wird automatisch dann das Agentensystem dann auf den nächstbesten Anbieter zurückspielen, das heißt, meine, die Erreichbarkeit des Oracles ist immer gegeben, weil ich, weil sie eben auf einer Blockchain-Lösung basiert, nicht auf einem zentralisierten Service, das ist auch eine Sache, ja, und Micro, Micro Payments, ich kann wirklich für eine Abfrage, mich interessiert jetzt für einen Trading Port nur mal kurz, was ist sich, der USCT-Kurs von, keine Ahnung, vor drei Jahren, ja, ich möchte gerade Daten analysieren oder eine Chartanalyse betreiben, Mustererkennung auf Charts, dann kann ich sagen, ich bezahle hier zwei Cent für diese Daten, aber ich brauche sie nur jetzt, das ist mit klassischen Services, ist diese Möglichkeit, für kleinste Datenpakete zu zahlen, eben nicht möglich, ja, und das lässt sich natürlich beliebig steigern, und das ich auch als sage, ich lasse mich dafür bezahlen, dass mir jemand Werbung schaltet zu einem Thema, was mich interessiert, zum Beispiel Werbung für ein Krypto-Projekt oder Werbung für Thermohandschuhe, ja, was eben meinen Präferenzmuster entspricht. Anderes Thema natürlich, autonome Generierung von Smart Contract Codes, dass ich im Prinzip nicht mehr selber Code generiere, sondern sage, ich möchte jetzt einen Token deployen, erstelle mir einen, aber dieser Token soll eben die Eigenschaften zum Beispiel mitbringen, dass er mit jeder Transaktion 0,01% burnt, ja, solche Aufgaben kann eben eine KI erstellen und wird dann auch dann die gängigen Sicherheitsabfragen mit reinbringen, ja, kann ich vielleicht auch einstellen, erlaube ich, dass Bots, andere Bots diesen Code aufrufen, und ja, natürlich erlaube ich es, denn ich möchte ja neue Kunden finden und ob die jetzt Physis, ob das jetzt Menschen sind oder Bots, ist mir völlig egal, Hauptsache, sie haben werthaltige Tokens für mich, ja, sprich Geld. So, sowas ist auf jeden Fall ein spannendes Gemüt, automatisierte Generierung von Smart Contract Codes. Und jetzt zum letzten, interessantesten Bereich, an den ich zuerst denke, wenn ich an Bots und AI Tokens denke, AI basiertes Shield Farming, habe ich das jetzt mal genannt, ja, also man könnte im Prinzip auch sagen, dein Bot arbeitet für dich autonom, du gibst ihm Kapital, meinetwegen Bitcoins im Wert von 1000 Dollar und der soll für dich das meiste rausholen und dieses Kapital eben vermehren und nach Strategien lösen mit der Verbindung eben mit anderen Bots, ja, das könnte zum Beispiel draußen auslaufen, dass der Bot sagt, es gibt Firmen, die brauchen Klassifikatoren für Biometrie, die haben aber eine unterschiedliche Auslastung, es würde Sinn machen, dafür jetzt zum Beispiel einen Server mit einer, mit einem AI Rechenservice anzumieten, und dann diese Serviceleistung dann weiter anzubieten, ja, ohne dass ich jetzt drüber nachdenken muss, wo kriege ich jetzt dieses Server, welche Server sind das, was kosten die Server, welche Klassifikationsalgorithmen werden auf diesen Servern gestartet und berechnet, das ist alles im Hintergrund, und der Bot fragt mich im Prinzip nur, hast du Lust da 100 Euro mehr zu investieren, die mögliche Rendite sind zum Beispiel im Monat 120 Euro, und dann starte ich das und gucke, nach einem Monat bekomme ich dann von einem Botten Auswertung, so, wir haben jetzt nicht 120 verdient, sondern sogar 130, möchtest du eventuell noch mehr investieren, und dann sagst du, okay, ich investiere jetzt nicht nur 100 Dollar in dieses Rechen, in die Anmietung von Rechenpower, sondern 120, denn dann verdiene ich dann im nächsten Monat, dann nicht nur, habe ich nicht nur 20 Dollar Gewinn, sondern 50 Dollar Gewinn, sowas zum Beispiel, ja, also lasse dein Bot für dich arbeiten, das ist natürlich jetzt sehr einfach, einfach gesagt und formuliert, aber genau das ist eine Entwicklung, die ich bei der AI und bei AI Tokens sehe, dass immer mehr auch kognitive Arbeit eben in die IT ausgelagert wird, und was ist das Wichtigste beim Auslagern von IT? Richtig, dass ich dafür bezahlt werde, dass mir jemand Geld dafür gibt, dass ich diese Services anbiete, und dazu brauche ich dezentrale Marktplätze und einen Bot, der eben, ja, für mich arbeitet, und das ist, darauf warte ich noch, auf das Projekt, was diese Fähigkeiten mit sich bringt, ja, so, das soll es an dieser Stelle gewesen sein, mit der Brainstorm Analyse zum Thema AI Token, in den nächsten Videos werde ich mir, auch mal das eine oder andere Projekt konkret vornehmen, und da nochmal dann analysieren, vielleicht gucke ich auch nochmal, wie kann ich wirklich AI benutzen, um dieses System zu verwenden, ja, das ist natürlich, da muss man natürlich jetzt auch ein bisschen umdenken, nicht selber jetzt sich auf seine eigenen Gedanken und Fähigkeiten und sensorische Analysefähigkeit konzentrieren, sondern eben auch dann diese Tools tatsächlich verwenden, ja, um dann eben automatisiert eben andere Projekte zu analysieren, damit werde ich mich auch beschäftigen, ich finde das super spannend, denn gerade in diesem AI Thema ist bis vor kurzem, Anfang der, kurz nach der Jahrtausendwende gab es dann schon viel Hoffnung, und dann ist da nicht viel passiert, und jetzt, eben durch die Blockchain-Technologie, sehe ich eben, dass AI mit dezentralen Marktplätzen in Verbindung kommt, und das ist einfach zentralisierten Services überlegen, ja, ja, die nicht über die Schnittstellen verfügen und auch nicht verfügen wollen, eben mit anderen Bots auszutauschen, hier sehe ich wirklich über die Blockchain-Technologie die Möglichkeit, dass Agentensysteme eben tatsächlich Realität werden, und deshalb glaube ich, dass das hier AI-Tokens der nächste Hype in diesem oder spätestens im übernächsten Bullrun sind, das ist jetzt rein subjektive Schätzung von mir, aber darauf wette ich meine Aufmerksamkeit, ich wette jetzt einfach darauf, dass das Thema tatsächlich an Bedeutung gewinnen wird, indem ich da so ein bisschen Zeit investiere, und ja, dann freue dich auf meine nächsten Videos, da wird es dann auch konkreter, welche AI-Projekte denn jetzt auch eventuell Potenzial haben, nur Financial Advice, aber so aus der Meta-Ebene heraus, um das erstmal als Basis zu nehmen, dass AI der nächste Hype wird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, tut mir leid, wenn das manchmal etwas langatmig und nicht so konkret auf den Punkt gebracht manchmal rüberkommt, aber um sich so einem komplexen Thema anzunähern, muss man einfach auch mal in die Meta-Ebene gehen, auch mal so ein bisschen hin und her springen, um eben sich aus der Vielzahl der Informationen das zusammenzusuchen und zu zentral zu fokussieren, zu komprimieren, ja, und die wesentlichen Daten rauszufiltern. Genau diese Aufgabe werden später AI's machen, dann wird es interessanter werden, weil ich nur das Ergebnis habe, ja, was ich kaufe, The Graph oder Singularity.net, das wäre dann so eine Sache, ja. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Danke für deine Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Video. Das heißt,